Musik Arbeitslosigkeit kann heute alle treffen. Für die Betroffenen ist das eine schwierige Situation. Enttäuschung, Wut und Existenzängste können richtig lähmend wirken. Trotzdem ist es wichtig, schnell aktiv zu werden und sich um eine neue Stelle zu bemühen. Musik Wer Arbeitslosen Taggelder beanspruchen möchte, muss der Nachweis erbringen, dass er sich bereits während der Kündigungsfrist um eine neue Stelle bemüht hat. Die Anmeldung auf das Gemeindesarbeitsamt ist sehr wichtig und das spätestens am ersten Tag der effektiven Arbeitslosigkeit. Sie können die Arbeitslosigkeit persönlich beim Arbeitsamt Ihrer Wohngemeinde melden. Personen, die in Chur oder Davos wohnen, können die Anmeldung direkt beim jeweiligen RAF machen. Tipps für Ihre Stellensuche Stellen Sie sich ein attraktives und vollständiges Bewerbungsdossier zusammen und besprechen Sie Ihre Stellensuche mit dem Personalberater oder der Personalberaterin. Sich intensiv zu bewerben ist ein Vollzeitjob. Eine gute Organisation bei der Stellensuche treibt zum schnelleren Erfolg bei. Verschaffen Sie sich Klarheit über Ihre Möglichkeiten. Wir raten Ihnen auch eine Checkliste zu führen, um einen Überblick zu haben über die versandten und offenen Bewerbungen. Nützen Sie auch verschiedene Kanäle, um offene Stellen zu finden. Das persönliche Bezüchungsnetz, die Stellenbörse im Internet, sind Sie raten in der Zeitung oder in sozialen Medien. Machen Sie aber auch spontan Bewerbungen. Die Rechte und Pflichten von Stellensuchenden Neben der Arbeitslosenentschädigung haben Sie als stellensuchende Person auch ein Recht auf persönliche Beratungsgespräche und auf arbeitsmarktliche Massnahmen. Arbeitsmarktliche Massnahmen sind zum Beispiel Gehörse, Berufs- oder Ausbildungspraktika, aber auch Förderung zur selbstständigen Erwerbstätigkeit. Sie dürfen Gesüge für die Prüfung der Finanzierung jederzeit Ihren Personalberater oder Ihrer Personalberaterin einreichen. Wichtig ist, dass Sie Gehörse in einem konkreten Zusammenhang mit möglichen Stellen stehen. Um die Rechte in Anspruch zu nehmen, müssen aber auch gewisse Pflichten erfüllt werden. Dazu gehört zum Beispiel die Erreichbarkeit, der Nachweis der Arbeitsbemühungen, aber auch, dass man eine zumutbare Stelle annehmen muss. Damit man so schnell wie möglich wieder einen Arbeitsvertrag unterschreiben kann, sind bei Stellensuche Engagement, Zuversicht und konstruktive Mitarbeit gefragt. Weitere Infos finden Sie auf www.kiga.gr.ch und www.treff.arbeit.ch Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017